Schaut mal, was ich gefunden habe. Das ist ein Kiosk, nur mit Automaten. Da gibt es einfach so coole Sachen drin. Wenn ihr wisst, was ihr holen wollt, dann müsst ihr das so auf einem Display auswählen. Ich habe eine Bulldog und Calypso in pink geholt. Dann kamen sie auch schon aus den Maschinen raus. Das ist einfach so cool. Wer würde dort einkaufen?